Und damit herzlich willkommen zur 38. Episode von BASED. Und ja, da begrüße ich zuerst natürlich meinen Koch-Haus, Benjamin Scherb. Moin. Ja, hi Dominik. Und auch heute natürlich haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns. Unser heutiger Gast war bis letztes Jahr Redakteurin im Auslandsressort der Neuen Zürcher Zeitung in Zürich. Und seit Oktober letzten Jahres ist sie als freie Journalistin tätig. Pauline Voss, hallo. Hallo, freut mich. Vielen Dank. Ja, Pauline, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Generation Krokodilstränen über die Machttechniken der Wokeness. Und wir schauen einfach mal auf den Büchermarkt. Und was da relativ schnell auffällt, ist, im vergangenen Jahr ist zum Beispiel ein Buch vom Cicero über das Thema Wokeness rausgekommen. Gerade aktuell kommen von der Ethnologin Susanne Schröter ein Buch über die Wokeness oder den Zusammenhang der Wokeness mit Antisemitismus. Esther Bockwit, die Psychologin, hat ebenfalls ein Buch über Wokeness rausgebracht. Zahna Ramadani hat kürzlich ein Buch rausgebracht. Etwas provokant. Warum brauchtest du ausgerechnet dein Buch? Ich glaube, aus zwei Gründen. Erstens, weil in meinem Buch besonderer Fokus gelegt wird auf die politischen Folgen der Wokeness und ich die noch unterbelichtet finde. Also eben in vielen dieser Bücher geht es viel auch um Empörung und man listet die Fälle auf, was alles nicht mehr geht. Und ich würde da voll zustimmen. Ich kann mich da auch sehr drüber aufregen. Aber das finde ich jetzt mittlerweile nicht mehr so neu. Aber ich finde eben neu die politischen Folgen davon. Und aus dem zweiten Grund, weil ich diesen Ansatz habe, dass ich über Foucault auch schreibe und mit ihm, mit seiner Hilfe versuche, die Wokeness zu dekonstruieren. Also, dass ich quasi den Säulenheiligen der Woken Bewegung nehme, um ihn gegen diese Bewegung zu wenden. Und das ist was, was es sonst nicht so gibt, glaube ich. Ja, wir werden gleich noch viel über Foucault sprechen und seine Theorien und wie du sie dann quasi aufzeigen möchtest, dass Woken ihn eigentlich gar nicht verstanden haben oder ihn eher als Anleitung nehmen sogar. Aber vorher möchte ich einfach nochmal fragen, weil wenn man das liest, dann kommt man so auf den Gedanken oder denkt sich ja, was denken sich denn Woken, wenn sie jetzt das lesen, was du schreibst? Nämlich glaube ich, dass sie auf den Gedanken kommen, aber wieso ist das denn eine Gefahr oder wieso ist es denn schlecht, wenn es diese Machtstrukturen gibt? Weil sie ja das Ganze eigentlich als gut ansehen. Sie denken, es ist gut, gegen Homophobie zu sein, gegen Islamophobie, gegen Kolonialismus und sogar auch den Kapitalismus. Also frage ich das eben absichtlich naiv. Wieso sollen diese Machttechniken oder wieso ist Wokeness denn eigentlich was Schlechtes, was Gefährliches? Weil die Art, wie Macht ausgeübt wird, eben nicht demokratisch ist, sondern meines Erachtens nach totalitäre Züge trägt. Also dadurch, dass immer moralisiert wird, dass nicht Argumente ausgetauscht werden, sondern dass der Gegner quasi einer formalen Prüfung unterzogen wird und gesagt wird, okay, du bist undemokratisch und du wirst aus dem Diskurs ausgeschlossen. Dadurch stellt man sich gar nicht dem Problem und stellt sich nicht den Diskussionen, sondern macht einfach den Gegner mundtot. Und das ist eben problematisch. Also das ist eine ganz andere Art zu argumentieren, als wenn es sich jetzt um den klassischen früheren Streit zwischen Linken und Konservativen handelt. Genau, du hast gerade schon gesagt, es geht ja vor allem da in gewisser Weise auch wieder um das Thema der zerrütteten Debattenkultur. Eines, was ich würde sagen doch irgendwie auch die Grundlage unseres Podcasts ist oder darauf, wo das Ganze hier basiert. Und dementsprechend würde mich da interessieren, Woken sorgen ja bei vielen aktuell vielleicht auch für ein Gefühl von Unsicherheit oder Unfreiheit im Diskurs vor allem. Du beschreibst die gegenwärtige Situation in deinem Buch als fast schon eine Gefängnissituation, wie es Foucault beschrieben hätte, als Panopticon. So nennt er diese Theorie. Magst du uns vielleicht kurz erklären, worum es sich bei diesem Gedankenspiel handelt? Genau. Also das Panopticon ist eine Idee, die geht auf Jeremy Bentham zurück. Und der hat vor vielen Jahrhunderten die These aufgestellt, wie ein perfektes Gefängnis auszusehen hat. Und zwar so, dass jeder Gefangene quasi permanent sichtbar und einsehbar ist. Und das unterschied sich eben von dem typischen vorherigen Kerker, wo man gesagt hat, der Gefangene wird einfach eingeschlossen und hat kein Tageslicht. Sondern in diesem neuen Panopticon ist der Gefangene permanent von der Macht einsehbar. Es gibt einen Wachtturm, der ihn ständig beobachtet und gleichzeitig kann der Gefangene selbst aber diesen Wachtturm nicht selber einsehen. Also er ist einer permanenten Sichtbarkeit unterworfen, kann aber selber die Macht nicht beobachten. Und Foucault sieht das eben als Beispiel für die modernen Disziplinargesellschaften, wo auch der Einzelne immer der Sichtbarkeit unterworfen ist, der Macht, aber selber die Macht nicht mehr einsehen kann. Dann wenden wir das doch einfach mal so ein bisschen auf die Realität, die wir gerade haben, an. Was ist denn der Tatort dieser Machtausübung? Du hast in deinem Buch auch vom Internet gerade als Tatort dieses Gefängnisses geschrieben. Und wer übt dort Macht aus? Also wer sitzt dort im Wachtturm eigentlich? Also das Internet ist eben ein Beispiel, wie diese Disziplinargesellschaft heute sich auswirkt, meines Erachtens nach. Weil man ja selber, sobald man sich irgendwie im Internet äußert und so eine Öffentlichkeit bekommt, von allen eigentlich einsehbar ist. Aber permanent kritisiert werden kann von Leuten, die man wiederum nicht einsehen kann, weil sie anonym sind. Also es entsteht so eine Situation, wo man unter permanenter Beobachtung steht, aber selber die Gegenseite nicht besonders gut beobachten kann. Und das führt eben dazu, das schreibt Foucault auch, dass man anfängt, diese Überwachung selber zu übernehmen. Also selbst wenn man gerade nicht überwacht wird, weil man nicht weiß, ob dieser Wachtturm, von dem man angeschaut wird, überhaupt besetzt ist, selbst dann kontrolliert man sich selber, weil es ja immer sein könnte, dass man überwacht wird. Und das lässt sich eben perfekt auf heute übertragen, weil diese Selbstkontrolle, was wahnsinnig Zentrales ist, meiner Ansicht nach. Also ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber ich finde das in unserer Generation sehr stark, dass Leute sich an Regeln halten, die ihnen gar nicht diktiert werden. Deswegen würde ich auch nie von einer Meinungsdiktatur sprechen oder so, das machen ja manche. Weil es niemanden gibt, der die verordnet, also zum Beispiel bestimmte antirassistische Sprechpositionen zu vertreten oder eben Gendersprache zu machen oder so, das wird ja nicht verordnet. Aber dem fügt man sich selber, weil man jederzeit weiß, man könnte überwacht werden, sowohl im digitalen Raum, aber eben auch im privaten, dass überall Leute sind, die das moralisch korrekte Verhalten überprüfen und eben auch sanktionieren, wenn man sich nicht richtig verhält. Und man weiß nie, kommt jetzt gleich eine Sanktion, ist die Gegenseite so, dass sie sich vielleicht distanziert von einem, wenn man nicht die richtigen Worte verwendet oder hat man vielleicht Glück gehabt. Also ich kann sagen, dass ich das definitiv so wahrnehme. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Umfeld man sich gerade bewegt. Wenn ich dann an das universitäre Umfeld denke und wir dann in irgendeinem Seminar saßen, dann ist es auf jeden Fall so. Oder man merkt es schon daran, da haben wir gerade bei uns im kleinen Base-Team auch darüber gesprochen, wie ist es denn jetzt bei der Hausarbeit? Muss ich auf die erste Seite schreiben, dass ich nicht gendere und muss das noch irgendwie begründen? Diese Sachen, das sind halt, also eigentlich dürfte es überhaupt keine Rolle spielen für meine kleine wissenschaftliche Arbeit, die ich da mache, aber ich muss das trotzdem eben irgendwie anbringen. Und das sind ja genau diese Machttechniken, die ich persönlich denke, schon zu spüren in meinem Alltag. Eben. Und es ist ja auch so, eben diese Unsicherheit, dass man gar nicht weiß, soll man es jetzt machen? Muss man darüber überhaupt schreiben oder nicht? Das ist ja was, was einen auch unfreier macht, würde ich sagen. Ich glaube, der Begriff, der da mitschwingt oder der das ganz gut zusammenfasst, ist ja Konformismus. Ich glaube, Ralf Schule hat es in seinem Buch letztes Jahr Generation Gleichschritt bezeichnet, was du jetzt als Generation Krokodilstränen bezeichnet hast. Ich glaube, das geht Hand in Hand in gewisser Weise. Und du zitierst ja oder sprichst auch in deinem Buch, schreibst auch in deinem Buch über den Well-Respected Man, der damit eigentlich in gewisser Weise zusammenhängt. Das heißt, ein Mann eigentlich aus der bürgerlichen Gesellschaft, der immer zur gleichen Zeit zur Arbeit fährt, jeden Tag wie ein Uhrwerk seinen Tag eigentlich angeht. Manche würden ihn auch Spießer nennen und dafür wird er aber bewundert. Also er kriegt von der Gesellschaft dafür die Lorbeeren, dass er sich anpasst, dass er genau das Leben so lebt wie Millionen andere Menschen eben auch. Und du schreibst, er ist aber nicht frei, er fühlt sich zwar frei, aber er ist eigentlich gar nicht frei, weil er auf derselben Grundlage wie eigentlich die Woken lebt. Und davon ist eben der Kern, der Konformismus. Und was ich mich da gefragt habe, mir ist da sofort der deutsche Michel in den Kopf gekommen in gewisser Weise. Das heißt, ist in dieser Analogie eigentlich die Wokeness nur die logische Fortsetzung vom deutschen Michel, den es schon seit über einem Jahrhundert gibt? Das kann schon sein. Also dieser Well-Respected Man, das ist ja ein Lied von den Kings und die sich da über diese Spießigkeit lustig machen. Ja, also die Wokeness hat schon auch sehr was von den preußischen Tugenden, weil es ja eben auch immer um Sekundärtugenden geht. Es geht darum, sich korrekt zu verhalten und sich anzupassen. Und eben dieses, was für mich auch so ein Kernwort ist, ist, dass man dieses Machtverhältnis internalisiert. Also dass man eben selber diesen Regeln nachkommt, ohne dass noch irgendwer einen dazu drängen müsste und sich selber Sachen anpasst, selbst wenn man gar nicht dazu genötigt wird. Das finde ich sehr spießig und das hat auch was sehr Deutsches. Also ich finde auch die Art und Weise, wenn man den Woken Leuten aus unserer Generation zuhört oder ihre Bücher liest, dann bin ich immer ein bisschen schockiert, wie spießig das ist. Und das Lustige ist ja auch immer, die geben sich noch als wahnsinnig progressiv aus, wo ich immer so denke, die geben Dinge als progressiv aus, die meine Eltern vor 50 Jahren, die bei denen progressiv waren und damals war es halt noch was Neues. Und wenn ich jetzt das mache, was meine Eltern vor 50 Jahren gemacht haben und aber sage, ich bin die Revolution, das finde ich einfach immer lächerlich. Ja, ja, das stimmt schon. Und sie denken halt trotzdem irgendwie, sie sind besonders cool oder besonders unspießig dabei. Weiß nicht, also doch und doch wirkt es dann irgendwie so, weil du hast ja auch geschrieben, das fand ich ganz gut, dass Spießigkeit eigentlich heißt, dass etwas nicht konformistisch ist. Und das ist es ja gerade nicht. Benni und ich waren letzte Woche in der linken Szene-Kneipe und wenn man sich da umschaut, dann fühlt man sich wie ein bisschen wie auf Kamino. Also für die Nicht-Star-Wars-Fans, den Planeten eben, auf dem die Klonarmeen aufgebaut werden, weil ja, das ist eben die gleiche Ausstattung, die wir dort sehen. Wir haben da die Barfußschuhe, die Secondhand-Kleidung und die Dreadlocks, wobei mittlerweile nicht mehr, weil das wäre ja kulturelle Aneignung. Und ja, da frage ich dich auch, wieso denken Linke denn trotzdem, dass sie nicht spießig sind? Dass gerade die anderen, dass die Konservativen, die Liberalen, die Spießer sind und nicht sie, obwohl sie ja alle gleich sind und eben, ja, Generation Gleichschritt sind. Ich glaube, das resultiert einfach aus der Angst, nicht cool zu sein und aus so einem Zwang, progressiv sein zu müssen. Also ich glaube, dass das Konservative heutzutage so negativ besetzt ist, dass sich keiner mehr traut zu sagen, er ist konservativ. Und diejenigen, also die Linken, ich nehme viele Linke als sehr konservativ wahr, weil sie einfach wirklich uralte Positionen wiederholen, weil sie auch in ihrer Lebensführung, eben wie wir ja gerade beredet haben, sehr konformistisch sind, sehr auf Regeln und Formalitäten und Äußerlichkeiten setzen. Und sich das einzugestehen, dass sie eigentlich auch viele konservative Wünsche haben, das fällt denen, glaube ich, wahnsinnig schwer, weil Konservativsein so schlecht angesehen ist. Und das finde ich eben sehr problematisch. Also es gibt ja was ganz Natürliches im Menschen, dass er konservative Wünsche hat. Zum Beispiel, dass er sagt, ich möchte in einem festen Familienverbund leben oder ich möchte einer bestimmten geregelten Arbeit nachgehen, mein Leben lang. Also man braucht ja als Mensch Konstanten im Leben. Und die Wokeness ist eben darauf ausgerichtet, als Ideologie alles zu zerstören, weil alles immer hinterfragt wird und alles Bestehende grundsätzlich einem Zweifel unterliegt und angezweifelt wird. Und alles Neue hat einen Vertrauensvorschuss, was ich absurd finde, weil ich finde, das Neue muss ich erst mal beweisen. Es ist ja neu und es muss erst mal beweisen, dass es besser funktioniert als das Alte. Aber es ist heute, das Alte ist so schlecht angesehen, dass man einfach alles zerstören darf. Aber das hält man ja nicht aus. Also kein Mensch hält es aus, wenn alle Konstanten im Leben zerstört werden. Und ich glaube einfach aus diesem Spannungsverhältnis, dass man einerseits konservative Wünsche hat, aber die andererseits nicht offen zugeben kann, behauptet man einfach, man wäre komplett progressiv und unspießig. Und ja, man hat auch ein Bild von Liberalen und Konservativen, wie es eben vor 50, 60 Jahren gängig war. Also wenn ich heute liberale oder konservativere Leute treffe, junge Leute, dann sind das meistens relativ coole Leute und relativ unangepasste Leute, weil das eben diejenigen sind, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie zum Beispiel im universitären Umfeld Einzelgänger eher sind. Hast du vielleicht ein kleines Beispiel für uns und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, um sie mal abzuholen, wo woke ja eigentlich konservative Züge haben, aber sie nicht offenbaren wollen? Ja, also in ganz vielen Dingen. Ich finde zum Beispiel Männer- und Frauenbild, das fällt mir immer wieder auf, dass viele progressive Männer so tun, als wären sie die größten Feministen, aber dann ein echtes Problem haben, wenn Frauen auch ihre Meinung vertreten und die auch entschieden vertreten und selbstbewusst und bei politischen Themen mitreden. Also ich habe das oft erlebt, dass die Männer, die brav alle Gendersternchen mitsprechen, gar nicht so gut damit zurechtkommen, wenn Frauen selbstbewusst politisch argumentieren. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder ich finde auch die Art, wie Beziehungen geführt werden teilweise. Viele Leute idealisieren ja heute auch so offene Beziehungen, aber die werden dann derart spießig verwaltet, dass es schlimmer ist als jede Ehe. Aber auch zum Beispiel in Fragen Antirassismus. Also da sieht man ja auch, dass da so Kategorien plötzlich eingeführt werden von unterschiedlichen Ethnien, die von den vermeintlichen Antirassisten eingeführt werden und die aber in Wahrheit einfach super rassistisch sind, weil sie komplett eben wie so ein ethnisches Schema sind. Also ich erlebe das in ganz vielen Bereichen, dass es so eine Umkehrung gibt. Ein Begriff, der ja auch sehr oft in dem Lager fällt, ist der Begriff der Betroffenheit. Und da könnte man eigentlich bei dir jetzt ganz gut ansetzen, weil aus Betroffenheit soll Leuten, die zum Beispiel schwarz sind, die Migrationshintergrund haben, die homosexuell sind und so weiter, als erstes so gesehen Gehör verschafft werden. Das heißt, sie sollen so gesehen erst ihre Meinung haben. Und durch Betroffenheit haben sie, um es jetzt natürlich doof zu sagen, automatisch recht. So wirkt das oft im öffentlichen Diskurs. Und da ist interessant, wie dann zum Beispiel mit Schwarzen, mit Schwulen und so weiter umgegangen wird, die diese Ideologie hinterfragen und die sich dem widersetzen. Weil genau die sind dann nämlich die schlechten Schwarzen plötzlich wieder oder die schlechten Migranten oder die schlechten Homosexuellen. Oder das sind eigentlich gar keine Queeren und so weiter. Und da nennst du ja dein Buch Generation Krokodilstränen, bist du in gewisser Weise der Meinung, die Betroffenheit von Wokies ist reine Fassade, weil das bedeutet ja am Ende auch der Begriff der Krokodilstränen. Ja, also ich glaube, dass es Diskriminierung und Missstände sehr viele in der Gesellschaft gibt. Aber ich glaube, dass die, die am meisten besprochen werden, eher dazu dienen, den Diskurs zu lenken. Also diejenigen, die eben ganz viel Raum bekommen, über Diskriminierung zu klagen, sind meiner Ansicht nach nicht die oft, die primär betroffen sind. Und das sieht man halt schon daran, dass die Art und Weise der Vorfälle, die beredet werden, ja einfach teilweise lächerlich sind. Also wenn die Frage, wo kommst du her, schon das Maximale an Rassismus ist, was man erlebt hat, dann muss ich sagen, finde ich das einfach nicht so glaubwürdig. Und das ist eben auch das Machtsystem der Krokodilstränen, das so funktioniert, dass Vorfälle instrumentalisiert werden. Und je kleiner diese diskriminierenden Vorfälle sind, desto besser lassen sie sich instrumentalisieren. Weil gleichzeitig leidet man darunter ja nicht so stark. Also wenn man gefragt wird, wo kommst du her, dann kann mir keiner erzählen, dass das jetzt extrem retraumatisierend ist. Und sie lassen sich aber trotzdem als Diskursinstrument verwenden, um der Gegenseite zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, das darfst du sagen, das nicht. Das darfst du denken und das nicht. Bestimmte Sachen darf man nicht hinterfragen. Also es lässt sich viel besser instrumentalisieren. Und das ist eben was, was mir auch bei Foucault so gut gefallen hat. Er sagt halt nicht, dass es keine Unterdrückung gebe. Aber er sagt, Unterdrückung wird oft instrumentalisiert, um sich dann als Befreier darstellen zu können. Und das erlebe ich heute eben auch, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die sagen, wir müssen befreien, wir müssen das Patriarchat abschaffen, wir müssen dekolonisieren. Und das sind aber meistens Leute, die sich meiner Ansicht nach nicht mit den wirklichen Problemen auseinandersetzen, sondern mit Scheinproblemen, über die sie dann Krokodilstränen vergießen, um im Diskurs mehr Macht zu bekommen. Woke haben die Diskursmacht übernommen. Und damit wird euch auch die heutige Episode von BASE natürlich wieder präsentiert von Ralf Rutharzt, das laute Schweigen des Max Grund. Wenn ihr euch nicht nur für die Machttechniken und die Theorie hinter der Wokeness interessiert, dann ist dieser Roman wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Er geht zentral auf die Diskurskultur in Deutschland ein und möchte seinen Beitrag dazu leisten, dass wir wieder miteinander sprechen. Rutharzt geht in seinem Roman in die Vorleistung. Auf freundliche, ironische und kritische Themen nicht aussparende Art und Weise stellt er sich dem Diskurs. Eigentlich kann die Antwort darauf nur sein, dass man sich das Buch durchliest oder das Hörbuch mal anhört, denn Widerspruch ist für den Autor völlig in Ordnung. Nein, sogar mehr, eigentlich auch erwünscht. Denn vor allem geht es darum, dass man sachlich daherkommt, dass man andere Sichten zulässt, dass man, ja, wieder miteinander spricht. Und das ist die Hauptforderung dieses Romans. Und wenn ihr jetzt Interesse habt an diesem Roman, das laute Schweigen des Max Grund von Ralf Rutharzt, dann könnt ihr dieses Buch erwerben auf Amazon, Talia. Ihr könnt es als Hörbuch hören auf Audible oder sogar kostenlos hier direkt auf Spotify. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Teil der Episode mit Pauline Voss. Stichwort dekolonisieren passt jetzt eigentlich wieder ganz gut, weil du hast eben das Beispiel angesprochen mit, keine Ahnung, dass man jemanden fragt, woher er kommt und das direkt als Angriff wahrgenommen wird. Das Interessante ist, wenn man vor allem vielleicht mit der Gastarbeitergeneration redet, das heißt mit türkischen Gastarbeitern, die ja vor zig Jahrzehnten schon nach Deutschland gekommen sind und sich hier integriert haben und einfach Teil der Gesellschaft sind. Wenn man die das fragt, die nehmen das oft als Beginn eines Gesprächs und gehen darauf auch gerne ein sogar. Und dann kommt das wieder so einem vor, als wäre dieser durchschnittswoker Aktivist in gewisser Weise eben nicht dekolonizer, sondern am Ende kommt es wieder auf der Seite des Kolonialismus raus, weil der nichtfähige Migrant nicht in der Lage ist, seine eigenen Interessen zu artikulieren. Genau, also er wird quasi von den Woken in so eine Opferperspektive auch gedrängt. Eben, ich nehme das sogar bei jungen so wahr, bei jungen Migranten, dass wenn zwei Migranten aufeinandertreffen, dass die dann ganz oft als erstes fragen, wo kommst du her? Und dass das eine ganz zentrale Rolle bei denen spielt, auch um den anderen besser einschätzen zu können. Und ich meine, es ist ja auch so, in einer multikulturellen Gesellschaft interessiert man sich dafür, wo der andere herkommt und wertet das dann vielleicht auch für sich aus und überlegt, was bedeutet das, was sagt das aus über die Person? Das heißt ja nicht, dass man sie gleich auf irgendwas festlegen muss. Ja, aber ich finde, dieses Migranten oder auch andere Minderheiten in diese Opferrolle drängen, finde ich, sehr problematisch. Und ich finde auch, also zum Beispiel, wenn man durch Kreuzberg läuft, dann gibt es einfach, das ist ein Ort, wo man sagen könnte, ja, da ist eine große Durchmischung. Aber wenn man sich die Leute mal genau anschaut, dann ist es so, auf der einen Seite laufen immer die Leute mit den pinken Haaren und mit den Häkeltaschen und so. Und dann gibt es andere, das sind eben Migrantenfrauen, ältere Frauen mit Kopftüchern. Und zwischen diesen zwei Gruppen gibt es wahnsinnig wenig Überschneidung und wahnsinnig wenig Kommunikation. Also das ist dann, es gibt dann den netten türkischen Markthändler, bei dem man vielleicht seine Produkte kauft, in dem man dann als Vorzeigeperson hat, wenn einem jemand sagt, also um sich davor zu wehren, als Rassist zu gelten. Aber in Wahrheit sind das trotzdem parallele Gesellschaften. Und die Migranten dienen vielen von diesen Linken, glaube ich, schon ein bisschen so als, naja, als so Maskottchen, die man dann toll findet, aber mit denen man gar nicht so viel zu tun hat. Und wenn man sich mit denen mehr auseinandersetzen würde, dann würde man auch merken, dass zum Beispiel Queerness bei vielen Muslimen einfach, also gerade von den älteren Generationen, aber auch bei vielen Jüngeren, jetzt nicht dein Lieblingsthema ist. Also dann würde man halt mit diesen ganzen Widersprüchen konfrontiert werden. Ja, total. Das ist ja eine absolut paradoxe Beobachtung, die man macht, auch mit Queers for Palestine oder ähnliche Geschichten, die man gerade sieht. Aber ja, es ist eine gute Beobachtung. Also ich glaube, die Linken haben bis auf den Kontakt zum lokalen Dönerverkäufer eigentlich überhaupt keinen Kontakt im migrantischen Milieus. Und die sind ja eigentlich auch eher konservativ geprägt, was ja eben auch Teil des Islams eben ist, dass dort eben noch ein älteres Frauenbild vorherrscht. Und wenn wir über Diskurs jetzt nachdenken, du hast es eben schon angesprochen, dann häufig sieht man da gewisse Schweigespiralen, was dann jetzt eben auch bei Migranten, bei der Immigration so ist, dass es eben erst mal lange weggeschwiegen wird. Und das ist überhaupt kein Problem. Das findet immer noch statt. Man versucht immer noch, obwohl Kommunen sagen, wir haben hier ein richtiges Problem und wir sehen viele Gewalttaten. Wir sehen, dass die Integration einfach nach 2015 in großen Teilen gescheitert ist und dass diese Menschen nicht angekommen sind in der deutschen Gesellschaft. Wie konnte es soweit kommen, dass wir das jetzt nicht nur bei der Migration, aber bei diversen Themen sehen, dass wir Schweigespiralen haben, dass die Debatte so stark geprägt wird durch Woke? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt unter anderem damit zusammen, dass einerseits die Linksgrünen in den letzten zehn Jahren wahnsinnig an Deutungsmacht gewonnen haben, also dass sie quasi den Mainstream komplett erobert haben und dass sich gleichzeitig einige von ihren Kernthesen als Fehler oder zumindest als schwieriger rausgestellt haben, als sie geglaubt haben. Also sowohl bei der Migration, dass eigentlich dieses Konzept Multikulti, wir lassen einfach jeden rein und greifen nicht ein und regulieren da nichts als Politik, dass das gescheitert ist. Dann muss man sagen, ist die Klimapolitik meiner Ansicht nach, so wie sie momentan verfolgt wird, relativ stark gescheitert. Also diese Kernthemen grüner Politik, die lassen sich nicht mehr aufrechterhalten durch Argumentation. Und weil diese Gruppen gleichzeitig so eine Deutungsmacht haben, versuchen sie eben durch eher repressive Methoden, durch repressive Diskursmethoden, aber jetzt vermehrt auch durch Gesetze, diese Deutungsmacht zu erhalten. Also wenn ich von Gesetzen spreche, dann meine ich sowas wie, dass eben Hass am Netz zunehmend oder Desinformation zunehmend instrumentalisiert wird, um unliebsame Aussagen kleiner zu machen und weniger Reichweite zu verschaffen. Oder auch zum Beispiel in der Corona-Pandemie haben wir das gesehen, dass vieles als Desinformation gekennzeichnet wurde, was sich dann gar nicht als solch herausgestellt hat später. Also dieser Versuch, eben Deutungsmacht zu bleiben, obwohl man inhaltlich und argumentativ nicht mehr viel zu bieten hat. Ja, vielleicht können wir da direkt auch in die Beziehung zwischen Staat und Wokeness eingehen, weil was wir jetzt alles besprochen haben, das Phänomen ist ja trotzdem relativ abstrakt, genau deswegen, weil es so schwer zu begründen ist oder vielleicht auch argumentativ darzustellen ist, weil es eben ein Phänomen ist, was über allem schwebt in gewisser Weise im Diskurs. Und wenn wir jetzt aber in den Staat reingehen, du hast es schon angesprochen, diese Tendenzen gab es eben auch in vergangenen Krisen wie Corona. Aber wenn man jetzt aktiv in die letzten Monate schaut, wenn man sich diesen 13-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus anschaut von Faeser, von der Innenministerin, wenn man sich das Demokratiefördergesetz anschaut, wenn man sich vielleicht auch das Selbstbestimmungsgesetz anschaut, scheint es so, dass die Regierung diese Art von Machtmittel schon ziemlich gut verstanden hat und internalisiert hat, wie du es vielleicht sagen würdest. Das heißt, Beispiel unterhalb der Strafbarkeit, bei diesem 13-Punkte-Plan soll schon beobachtet werden. Es gibt Meldestellen und sonst was. Das heißt, es ist faktisch eine Einschränkung des Sagbaren ohne Blick auf Gesetz, was eigentlich der einzige Rahmen ist, der gelten dürfte. Versucht da die aktuelle Politik vielleicht auch diese Diskursstrategie für sich zu nutzen? Und da würde es mich interessieren, ob das eine Intention ist oder ob das einfach wirklich vielleicht auch ein bisschen unbedacht passiert. Das ist immer schwer, in die Leute reinzugucken. Ich glaube, viele sind trotzdem noch davon überzeugt, von diesen linken oder grünen Politikern, dass sie einfach für das Gute kämpfen. Ich glaube, die haben so sehr verinnerlicht, dass Demokratie alles ist, was sie halt selber mögen, dass sie immer noch glauben, sie kämpfen für die Demokratie, wenn sie demokratische Grundrechte einschränken. Also entweder ist das Berechnung oder es ist eben völlige fehlende Selbstreflexion. Ich könnte mir auch Letzteres vorstellen, aber ich sehe das eben auch mit großer Sorge. Also lange Zeit konnte man ja sagen, die Wokeness, diese ganzen Regeln, das sind eigentlich Regeln, die quasi freiwillig befolgt werden. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, aber kein staatliches oder rechtliches. Und in den letzten Jahren und Monaten sieht man schon zunehmend, dass es jetzt auch versucht wird, das wirklich zu institutionalisieren und in Gesetze zu fassen. Zum Beispiel mit dem Offenbarungsverbot im Selbstbestimmungsgesetz, also dass man das frühere Geschlecht einer Person nicht mehr nennen darf. Also dass man quasi gezwungen wird, eine Wahrheit zu verschweigen. Das finde ich schon einen sehr krassen Eingriff. Oder wenn man eben sich diesen 13-Punkte-Plan anschaut, wo es also teilweise auch einfach um Verdächtigungen geht. Leute, denen vorgeworfen wird, sie hätten eine bürgerliche Fassade und dahinter wären sie eigentlich rechtsextrem. Was ich auch eine völlige Verschiebung finde, weil ich finde, der Staat hat nicht zu beurteilen, wer nur eine Fassade hat und was er dahinter wirklich denkt, sondern man muss im Rechtsstaat daran gemessen werden, was man sagt. Oder genauso ist es mit dem unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das hat ja die Frau Paus auch gesagt, dass eben Hass im Netz oft unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Und dann muss man im Rechtsstaat eben sagen, ja, dann ist es auch nicht strafbar. Dann mag man das blöd finden, aber entweder ist es strafbar oder nicht strafbar. Und alles, was nicht strafbar ist, geht dem Staat nichts an. Also diese Verschiebung sehe ich schon mit Sorgen, muss ich sagen. Ja, darüber haben wir mit Arne Dieringer vor zwei Episoden schon gesprochen. Und dann ist es eben auch so ein Buch wie Renate Künast, hat er da erwähnt, Hass ist keine Meinung. Aber da hat er es eben genau formuliert, wie du jetzt gerade. Es ist unterhalb der Strafbarkeitsgrenze und damit eben ganz klar nicht im Strafbaren. Also es ist ja eine Unordnung sozusagen. Vor allem, was da sowieso problematisch ist, Hass ist ja am Ende ein Gefühl. Hass ist ein Gefühl wie Liebe zum Beispiel. Du kannst weder Liebe verbieten, noch kannst du Hass verbieten. Das ist schlichtweg nicht möglich und staatlich, glaube ich, auch nicht regulierbar. Ja, und es ist auch interessant, dass so eine psychologische Kategorie wie Hass in den politischen Diskurs eingeführt wird. Also das ist im Grunde manipulativ, weil man sagen kann, die rechtliche Kategorie ist Beleidigung und als politische Kategorie taugt das überhaupt nicht, weil politische Gegner haben sich schon immer erstens teilweise gehasst. Das ist jetzt auch noch nichts Schlimmes, finde ich. Zweitens sehe ich überhaupt nicht diesen Hass, den die überall sehen. Und wenn man sagt, Hass ist keine Meinung, dann ist es eben ganz oft so, dass das, was einfach eine legitime Meinung ist, heutzutage als Hass gekennzeichnet wird. Also so rum funktioniert das. Es gab auch kürzlich so eine Studie eben vom Familienministerium, wo sie Hass im Netz untersucht haben. Und da gab es einige legitime, konservative Meinungen, die von dieser Studie einfach als Hass einsortiert wurden. Also zum Beispiel, wenn man sagt, die eigene Kultur ist anderen Kulturen überlegen. Das gilt da schon als Hass. Und wenn man so diskutiert, wenn man die Meinung der Gegner als Hass identifiziert, dann sieht man halt überall Hass, weil manche anderen Menschen auch andere Meinungen haben. Ja, Hass ist ja in gewisser Weise dadurch, dass es ein Gefühl ist, auch eine Worthülse, die man mit einer Bedeutung befüllen kann, wie man es gerade möchte, wie es einem gerade in den politischen Kram passt. Aber eben hast du ja auch schon das Wort Demokratie und da reingenommen. Und Demokratie ist ja eigentlich ein sehr, sehr starkes, sehr mächtiges Wort. Das ist sehr wichtig bei uns in unserem Land als liberale Demokratie. Und trotzdem wird dieses Wort jetzt, finde ich, in der vergangenen Zeit auch gekapert. Auf einmal versuchen, Woke oder versucht der Diskurs zu bestimmen, was denn demokratisch ist. Auf einmal sind Parteien nicht mehr demokratisch. Oder es gibt Demos, die für die Demokratie einstehen. Aber Demokratie heißt dann eben ein begrenzter Rahmen, der nicht durch unser Grundgesetz geregelt ist, sondern eben durch sie, durch deren Diskurs macht. Genau. Das Absurdeste findet sich eigentlich in dieser Formulierung, die es jetzt oft gibt in Deutschland mit Blick auf die AfD, aber auch in den USA mit Blick auf Trump, dass gesagt wird, bei den Wahlen ist die Demokratie gefährdet. Also wenn die Menschen das Falsche wählen, schaffen sie die Demokratie ab. Und das widerspricht eben dem demokratischen Kerngedanken, nämlich, dass die Menschen selber entscheiden dürfen, wer sie regiert. Also aktuell ist es ja hauptsächlich noch die Gesellschaft, die diese Macht ausübt. Wir haben eben schon den Staat mit reingenommen. Und da, als ich das gelesen habe mit dem Panoptikum und dem Wachtturm, da musste ich sofort an George Orwells 1984 denken. Da ist ja dieser Monitor in den Wohnungen montiert, der eben die Menschen zu jeder Zeit beobachten kann. Der lässt sich auch nicht ausschalten, sondern der Staat beobachtet die Menschen die ganze Zeit, was ja eigentlich so ein bisschen wie der Wachtturm ist. Und das heißt, wenn diese Woken jetzt in den Staat einziehen, was passiert denn dann? Also ist das nicht die, noch eine riesengroße Gefahr, vor der wir jetzt auf jeden Fall Respekt haben müssen? Ja, also ich glaube, wir erleben das ja schon, dass durch die Grünen diese Woken-Ideologie eben in Ministerien einzieht und dass sie auch verstetigt werden soll durch das Demokratiefördergesetz, was ja über 200 Millionen Euro im Jahr ausschütten soll, verlässlich an Organisationen, die so eine Art politisches Vorfeld bilden und häufig linksgrüne Agitation einfach betreiben. Also ich sehe das ja sehr problematisch und eben ich sehe auch sehr problematisch, dass viele Leute aus unserer Generation da so mitmachen und eben auch selber für diese Sichtbarkeit sorgen. Auch zum Beispiel, indem sie sich diesen ganzen Kategorien komplett unterwerfen, also den ganzen Kategorien, was Herkunft betrifft, was Sexualität betrifft, wo man immer sich einkategorisiert und um Sichtbarkeit kämpft, anstatt eher zu sagen, ich will meine Freiheit, ich will nicht vom Staat gesehen werden, sondern ich will vom Staat in Ruhe gelassen werden. Wir haben eben schon ein bisschen darüber geredet, über den Begriff Demokratie und die Umdeutung dessen. Genau, man hört jetzt gerade auch wieder, ich glaube, am Sonntag hat im Presseclub auch wieder Annika Brockschmidt oder wie sie heißt vor der Gefühl der Diktatur in den USA gewarnt. Gleichzeitig hat Harpe Kerkeling die Woche von der Diktatur in Deutschland gewarnt. In der NZZ, deine ehemalige Redaktion, hat Ereguia, glaube ich, kürzlich von einer hyperventilierenden Stadt einer wehrhaften Demokratie geredet, was ich ziemlich passend fand. Und es ist ja so, dass bislang es genug Menschen gab, die es still hingewingenommen haben, wenn Themen aus dem, wir sagen jetzt einfach mal, Brockenlager in die Gesellschaft getragen werden, wenn das vielleicht auch ohne die große Akzeptanz der Bevölkerung Themen plötzlich den Diskurs bestimmen, dem großen Teil der Gesellschaft dieses Thema einfach egal ist. Wir sehen gerade zum Beispiel eben auch die Demonstrationen gegen Rechts auf deutschen Straßen, natürlich gegen Rechtsextremismus kann man gerne demonstrieren. Ich sehe da gerade keine große Gefahr des Rechtsextremismus, aber sei es drum. Und da würde mich aber interessieren, ich befürchte bei Themen wie Selbstbestimmungsgesetz oder anderen Themen, die besonders positiv natürlich auch geframed werden, haben es vielleicht die meisten Leute, die sonst gerade generell sowieso still sind, es auch gar nicht gemerkt, was das Problem ist teilweise. Wie nimmst du denn die Gegenseite wahr, also die Gegenseite der Wokeness? Opponiert sie auf? Entwickelt sich da gerade etwas? Oder ist diese Schweigespirale so tief festgesetzt? Also ich glaube, dass es ein gewisses Milieu gibt und das ist ein relativ gut situiertes Milieu, was ziemlich abgeschottet ist gegenüber jeglicher Kritik. Also diese Leute haben ja auch eine echte Obsession, mit dem Ende der Demokratie. Also man hat das Gefühl, sie genießen es richtig, dass sie jetzt endlich mal Widerstandskämpfer sein können und sich permanent im antifaschistischen Kampf befinden. Also das hat ein Ausmaß an Genuss. Und ich glaube, die Welt hat mal von Lustgrusel gesprochen. Also ja, dass man so diese Begeisterung auch für dieses vermeintliche Geheimtreffen in Potsdam, dass ich glaube, diese Leute einfach keine große Lust haben, sich mit der Gegenseite, mit den Gegenargumenten zu befassen. Aber ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die anfangen, daran zu zweifeln an der Wokeness. Und das ist, glaube ich, Stück für Stück politisches Ereignis, nach politischem Ereignis, das immer mehr Leute auch dazu bringt, das zu hinterfragen. Also ich glaube, dass die Pandemie mit ihren Einschränkungen schon viele Leute liberaler gemacht hat. Es gab zwar viele, die umso härter auch an den Regeln und an dem öffentlichen Diskurs quasi festgehalten haben. Aber es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die dadurch überhaupt erst so richtig erkannt haben, was bedeutet es, liberal zu sein? Und was bedeutet das, wenn der Staat übergriffig ist? Und ich glaube zum Beispiel auch, dass jetzt kürzlich die ganze Sache mit Israel und dem Hamas Massaker für viele ein Augenöffner war. Gerade Leute, die lange noch an die woke Ideologie geglaubt haben und die dann einfach gemerkt haben, die Solidarität in der Woken Bubble für Israel ist so gering und die Verleugnung zum Beispiel von den Vergewaltigungen bei den Frauen, die ist so extrem, dass ihnen aufgefallen ist, welche Widersprüche da eben sind. Also insbesondere beim Frauentag am 8. März ist mir das jetzt aufgefallen, dass da sogar dieser eine Tag, der den Frauen gilt, von den Woken so gekapert wird. Und das hat mich tatsächlich ziemlich sauer gemacht, dass dann auch mit Palästina-Flaggen da reingegangen wurde. Und dann wird davon gesprochen, wie schlimm es doch alles in Palästina ist. Aber am 7. Oktober und in den Tagen darauf wurden eben so viele Frauen in Israel vergewaltigt von diesen Terroristen und dann da reinzugehen und nicht über Israel zu sprechen, sondern eben über Palästina, fand ich persönlich ziemlich ekelhaft. Und ja, über die Lust am Gruseln hast du eben gesprochen. Ich glaube auch, dass etwas, was in Deutschland wahrscheinlich besonders gut funktioniert, aufgrund unserer Historie. Also auf einmal wollen alle die Geschwister scholl sein. Da möchte man auf einmal dazugehören. Man will sich irgendwie reinwaschen. Das ist so ein komisches Verleugnen der Geschichte, um zu sagen, ja, ich wäre damals nicht Teil des Ganzen gewesen. Ich wäre 1933, hätte, wäre auf die Straße gegangen. Und ich finde, das ist eine gefährliche Geschichtsverklärtheit, die da stattfindet, weil die Menschen damals haben es nicht gemacht und die waren nicht dümmer als ihr heute, sondern ihr, weiß nicht, versucht da irgendwas in die AfD hinein zu projizieren, aber es ist eben nicht 1933. Ja, und der Unterschied ist ja auch, damals wäre man in der Minderheit gewesen und damals hat man enorme Risiken auf sich genommen, wenn man im Widerstand war. Heute ist man in der Mehrheit und wird noch sozial honoriert dafür. Also das fällt denen gar nicht auf. Die argumentieren ja selber damit, wir sind mehr, mehr wehnen sich aber trotzdem immer noch in so einer Widerstandsminderheit. Das ist völlig absurd. Ich verstehe das, also ich verstehe manchmal nicht diesen Grad an Umdrehung der Tatsachen, denen die fähig sind, in ihrem Kopf durchzuführen. Ja, das ist generell bei dem, wahrscheinlich war die Entlarvung noch nie so groß wie jetzt bei dem Nahostkonflikt für das Woke Lager, weil diese gesamte Story mit einerseits dem betroffenen Kult und auf der anderen Seite Islamisten, die wahrscheinlich die homosexuellen, feindlichsten Leute auf diesem Planeten sind, die abzukulten. Also diese Verbindung muss man überhaupt erst mal herstellen, aber genau, da sieht man halt, wie weit dieses, dieser Hass gegenüber dem Westen, glaube ich, der da einfach unfassbar festsitzen ist. Ich glaube, das ist wirklich Grund Nummer eins dafür. Und danach kommt in irgendeiner Weise, dass einem vielleicht irgendwelche Betroffenheitsgruppen wirklich leidtun, in Anführungszeichen. Und das finde ich so interessant. Es geht im ersten Schritt vor allem um Hass und im zweiten Schritt geht es wahrscheinlich echt vielleicht am ehesten überhaupt um Betroffenheit. Ja, wenn überhaupt, Generation Krokodils drehen eben. Und ja, wir waren kürzlich im Podcast Alles Tanzer bei Philipp zu Gast. Da wirst du ja auch bald eben mit deinem Buch auftauchen. Und ja, da haben wir auch über dieses Thema so ein bisschen gesprochen. Und wir haben da befürchtet, dass diese Gegenbewegung zum Teil ebenfalls eben autoritäre Früchte trägt. Das heißt, dass die Leute aus Trotz einer rechtspopulistischen Partei jetzt wählen und nach Meinungsfreiheit schreien, weil sie eben gegen das Woke sein wollen, aber dann leider doch wieder auch auf der anderen autoritären Seite landen. Und wie schätzt du das ein? Entwickelt sich da auch irgendwas Liberales, was gegen das Woke steht? Oder ist es leider einfach so, dass das Panel dann doch umschlagen könnte und auf einmal haben wir ganz viele Autoritäre nur eben auf der rechten Seite? Also komplett lässt sich das, finde ich, noch nicht absehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Gefahr. Also ich glaube, es entwickelt sich sowohl auch eine liberale Gegenbewegung als auch eine, die tendenziell eher autoritär ist. Also das hat man ja schon 2015 oder 2016 gesehen, dass Leute irgendwie Putin-Hilf geschrieben haben. Also die Vergötterung von einem autoritären Führer. Oder zum Beispiel in der AfD sehen wir das auch, dass als Lösung eben so ein Schulterschluss mit Erdogan gesehen wird. Also der Maximilian Krah von der AfD, Europaspitzenkandidat, das finde ich eine interessante Figur, weil der zum Beispiel ganz eng die Beziehung zum Islam versucht zu ziehen. Also dass da quasi so eine Verbindung entsteht zwischen dem islamischen Frauenbild und Gesellschaftsbild und dem konservativen Westlichen, wo sie sagen, ja wir müssen zurückkehren zu früher, zu Traditionen, wie sie im Islam noch gelebt werden. Also das sind alles Entwicklungen, die problematisch sind und die man weiter beobachten muss und die ich finde, sie sind teilweise auch noch schwer einzuschätzen. Ich glaube, das muss man auch immer den Leuten, die vielleicht mittlerweile auch sogar aus Überzeugung AfD wählen, vielleicht auch, zumindest muss man das im Diskurs präsentieren, dass, genau, das ist das Interessante, dass ein Maximilian Krah, der glaube ich auch gesagt hat, eine starke Erdogan-Türkei, ein starkes Russland unter Putin und ein starker Iran helfen der politischen Rechten in Europa. Allein dieser Satz präsentiert ja schon das, was diese Leute, die vielleicht auch aus Hilflosigkeit AfD wählen, ja eigentlich genau nicht wollen. Und das ist das Interessante. Was mir da eben auffällt, ist, dass es keine in eine Partei gegossene, individualistische Gegenbewegung gibt. Das ist eben das Problem. Das heißt, Teile der FDP dienen sich da vielleicht eher sogar der Walken-Kultur an. Natürlich gibt es da auch weiterhin Kämpfer, die da innerparteilich versuchen, das Gegenteil zu präsentieren. Aber diese Alternative, deswegen würde ich uns, glaube ich, auch als politische Heimatlose bezeichnen, die gibt es einfach nicht, oder? Ja, das sehe ich auch so. Also politisch gibt es da ein wahnsinnig freies Feld. Und ich bin auch vor jeder Wahl, quasi überlege ich mir, was ich wählen soll und wähle höchstens das kleinste Übel, weil ich es wahnsinnig schwer finde, irgendwas aus Überzeugung zu wählen. Weil es da eben ein Feld gibt, was völlig freigelassen wird. Und ich glaube, dass man am wirksamsten auch diesen autoritären Zügen auf der rechten Seite entgegenwirken könnte, indem man einfach anfangen würde, dass die bürgerlichen Parteien, also CDU und FDP, wirklich an die Themen rangehen würden und sich nicht so anbiedern würden. Also ich sehe das bei der FDP, aber auch bei der CDU als sehr problematisch, wie stark man sich immer noch der Gegenseite anbiedert, obwohl die CDU ja jetzt auch ein Grundsatzprogramm beschlossen hat, was wieder konservativere Züge trägt. Aber trotzdem sehe ich dann oft doch ein Einknicken vor dem Woken Mob, wenn irgendwie Friedrich Merz wieder was Falsches gesagt hat, dann wird wieder zurückgerudert. Oder man sagt, ja, Koalition mit den Grünen könnte man sich ja vielleicht doch gut vorstellen. Also ich finde, man müsste da viel mehr auf Konfrontation setzen. Und ich glaube, dass man auf diese Weise auch wirklich viele Leute zurückgewinnen könnte, weil es natürlich bei der AfD so einen rechtsradikalen und sehr autoritären Kern gibt. Aber ich glaube, eine wahnsinnig große Zahl von Leuten, die eben genauso politisch heimatlos sind und sich einfach wünschen, dass ein paar Probleme, die ganz offensichtlich sind in Deutschland, gelöst werden. Dann zum Abschluss noch die Frage, nachdem du dein Buch abgeschlossen hast zu schreiben, was war dein Gedanke, was kannst du als Individuum oder was können alle Individuen denn tun, um diesen autoritären Zügen auch eben des Wokenismus entgegenzuwirken? Also was würdest du den Zuhörern und Zuhörern dieses Podcasts vielleicht auch raten, wie man jetzt in die demokratische Debatte einsteigt? Ja, also ich finde eben immer gut sich zu vernetzen mit Leuten, die ähnlich denken wie man selbst. Ich glaube, es sind auch immer mehr Leute und sich auch nicht so schnell einschüchtern zu lassen. Also diesen Vorwurf rechts und so. Also mittlerweile sind ja so viele Leute rechts, dass man einfach sagen muss, ja, ich würde mich davon versuchen, irgendwie frei zu machen, so gut es geht oder eben mit Leuten in Kontakt zu treten, die ähnlich denken wie man selbst. Grundsätzlich ist es natürlich, immer leichter gesagt als getan, weil auch für viele Leute viel davon abhängt. Also auch zum Beispiel finanziell, beruflich, was man für Chancen hat. Ihr habt vorhin von der Uni gesprochen, dass man dann vielleicht auch schon Probleme hat bei der Notengebung oder so oder einfach der Professor einen komisch ansieht, wenn man bestimmte Genderregeln nicht befolgt. Also das ist nicht so leicht, sich dem zu entziehen. Aber wenn es einem gelingt, das irgendwie hinzukriegen und auch auf eine Weise, die Spaß macht und die sowas Spielerisches hat, dann finde ich das immer gut. Ja, das, liebe Zuhörer und Zuhörer, haltet euch daran, geht mutig in die Debatten und in die Konflikte. Ja, lasst euch nicht vom Gefängnis des Wokismus einsperren und wir danken dir ganz herzlich für dieses Gespräch, Pauline. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und wenn ihr natürlich mehr Lust habt auf uns, dann könnt ihr natürlich gerne auch die vergangenen Folgen hören. Wir haben in der vergangenen Woche, was tatsächlich, wenn wir jetzt hier aufnehmen, heute erscheint, Ralf Füchs zu Gast, mit dem wir über marktwirtschaftliche Lösungen des Klimawandels gesprochen haben. Wir haben davor mit Stefan Kohleff gesprochen, Leiter des Ludwig Erhard Forums und ja, ansonsten folgt uns natürlich gerne auf Spotify, gebt uns gerne fünf Sterne, da würden wir uns sehr viel drüber freuen und kauft natürlich das Buch von Pauline. Also das ist natürlich Hausaufgabe Nummer eins heute. Ganz genau. Und ja, Arnd Jeringer möchte ich noch empfehlen, weil wir da eben nochmal speziell über die Meldestellen und ähnliches gesprochen haben und über die rechtlichen Aspekte der Cancel Culture. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.